Peace, meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ähm, holy sch- Oh, oh, oh. Ein Gannabius. Ähm, holy sch- Ist das laut? Was geht da hinten ab? Hier. Okay. Also ein hdf neu. Gucken wir uns an. Oh my gosh. Oh my god. Oh my- Oh my god. Ruhlspieler rein, würde ich mal sagen. Oh my god, guys. That's very nice, I like it. Ähm. Okay. Ja, das habe ich schon gesehen, tatsächlich, dass es automatische Einsätze gibt. So ein bisschen. Gibt es nur den neuen, weil, den, ich, Leute, wir spawnen jetzt mal alle neun. Und dann fahren wir sonst über die Autobahn. Ja, okay, nur den hdf. Aber, was für nur, der ist voll nice. Also, ich glaube, jetzt macht mir sogar Feuerwehr-Team Spaß, weil ich bin nicht so ein Feuerwehr-Typ, aber das Fahrzeug ist geil. Ähm, ich habe gehört, auf der Autobahn gibt es eine Erweiterung, dann fahren wir auf die Autobahn. Ja, okay, in Perspektive ist nicht so nice, finde ich. Sie ist, wenigstens ist er detailliert, Leute. Wenigstens haben wir was gemacht und das ist, das, das ist gut. Also, den feier ich auf jeden Fall. Ähm, was sagt ihr dazu? Live-Chat? Kann man irgendwas? Auto, Autobahntunnel? 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 Ähm, wir gucken uns einfach mal beide Autobahnen an. Das ist das neue Auto, finde ich nice, den Feuerwehrwagen hier. Den finde ich ganz nice. Und ich bin lost im Fahren. Ähm, da hinten ist auf jeden Fall keiner. What the f- was? Wenn das jetzt jemandem geglaubt hat, dass das die neue Straße ist. Ah, ein Ding. Nee, wir fahren nicht im roten Punkt. Ah, doch, wir müssen das eh. Ich zeig das heute eh. Schnee ist immer noch da. Keine Ahnung, wieso. Aber, ja, okay. Ist das mit dem Blinker da? Nee, da wurde nicht erweitert. Da wurde verkürzt. Oder? Oder lade es einfach nicht? Nee, da haben sie verkürzt. Wie es aussieht. Da hinten sieht es nach der Erweiterung aus. Wir gucken uns einfach mal beides an. Oh. Die Bremen sind jetzt nicht so gut und ich als Plattenfahrer auch nicht. Erhob mich hier. Geht doch nicht. Oh, 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 oh. Ich seh schon was. So, let's go. Nein. Hier ist... Ja, hier ist die neue Raststätte, oder? Die, wo man in einem Sneak Peek war. Ja, sieht so... Ja, sieht so aus. Hier ist jetzt Polizei, oder ist hier Autobahnpolizei? Ich check's gerade. Polizei ist hier. Nee, oh, hä? Ist hier jetzt Autobahnpolizei, oder Polizei? Weil Autobahnpolizei würde mehr Sinn machen. Was sagt ihr? Und es geht los. Oh, man. Ja, wir hatten zwar einen guten Toncheck noch, aber es geht los. Und deswegen, deswegen habe ich eigentlich hier in Berlin keinen Ton mehr an. Weil es einfach schlimm ist. Und, ja. Oh, Gott. Also, es hängt nicht an Berlin, auf jeden Fall. Aber es ist einfach schlimm. Viele Games müssen gerade damit wirklich kämpfen, mit diesen Musikheckern. Das ist ja sehr schade. Ich form sehr viele Spiele, die ich mag, müssen damit halt kämpfen. Und das ist... Das ist blöd. Sonst noch was Neues auf der Map, meine Freunde. Ihr seid ja im Live-Chat. Ihr seid Profis. Sonst noch was Neues. Also, den finde ich richtig nice, auf jeden Fall. Okay, die kann man nicht öffnen. Hat man... Jetzt. 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 Ähm, auf jeden Fall geben wir noch zu einem Einsatz. Würde jetzt einer mal reinkommen. Haben wir jetzt eigentlich die Autobahn-Polizei die Undercover-Autos bekommen, oder wie? Ähm, die spielen die Musik, um welche zu nerven, nicht um nett zu sein. Nett sein wäre so ein bisschen leise, NTS oder keine Ahnung, Musik. Für mich. Aber für andere ist es wahrscheinlich blöd. Okay. 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 Leute, das war's mit dem Video. Habt noch einen schönen Tag. Tschö mit Kühl.